Musik 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 Ja, wir müssen Vorräte holen Musik Musik Ich fall einfach hier rum, Alter Ja, deswegen habe ich ja gesagt, geh mal Facebook Nein, geh mal Facebook, Alter, mein Livestream wird in Facebook übertragen Nein, geh mal, geh mal, geh mal auf meine Seite, in Facebook Jetzt denkt André, wie kann der das über Facebook übertragen? Ja, ich kann Ja, 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 ja. fahr doch einfach hier lang denk dran du darfst keinen schaden machen ja ich bin hinter dir und hallo der erste 31 hallo also glaub mir wenn ich vollgas gebe dann ramm ich dich voll weg von der straße weil das ist ein safecontroller alter fahr doch hier ihr schweine meinst du kriegst dich du fährst weg guck mal ich krieg dich du schwein komm jetzt hast du freie bahn erstmal ja schön marvin ist mir doch egal ob du das seit koseck von pascal jetzt wirst und jetzt und 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 doch ab direkt dem weg frei ja gut fahr du da lang ich fahr hier rum und 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 komm wir sind gleichzeitig da und 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 da steht noch ein auto von mir drin und 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 Oh wait, das will ich aber nicht hören. Alter, mein Lagerplatz ist aus den Nähten. Aber ich muss noch ein bisschen hier drin machen. Ich kann erst in 4 Minuten wieder Vorrat holen. Und toleriert eine andere neben sich. Treue ist das Wichtigste. Doch ich kannte es eben nicht. Meine Freunde waren mir wichtiger. Die Partys waren mir wichtiger. Ja, alles war mir wichtiger. Und jetzt trifft mich das Schicksal hart. Während du zu Hause warst, war ich in den geilsten Clubs. Und weil ich so ein Arsch noch war, ein Stammt am Mieden. Weißt du, was wir machen? Wir machen Terror-Missionen. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich muss warten. Aber weißt du, was wir machen? Wir gehen uns Geld beschaffen. Nee, du bist noch drin. Wo kommst du raus? Vorne oder hinten? Ja. 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 Ich bin am zocken, ja. Ja, warum schreibt ihr mir alle? Hättet dumm. Wir machen Banküberfall. Ja. Ich hoffe. Ne, wir fahren eh nicht mit dem Auto hier. Ich mache nur kurz die Videoüberwachung und dann... Nein. Brauchen wir nicht. Okay, diesmal ist es die Fleckerbank nicht. nicht. Bapp-bapp. Ja. Samm ? Da ist das auch nicht. Ah ok, ich habe die Bank gefunden. Wo wir hin müssen. Zum Glück ist das Auto super gepanzert, was ich da habe. Ok. Ja, deswegen fahren wir auch mit meinen dicken Schritten dahin. Wenn ich mal auf dem Ladebildschirm rauskomme. Warum steht dein Auto da drinne? Das musst du mir mal verraten. Der Zaun ist nicht beschädigt und dein Auto steht da drin. Komm, merkst du Alter, die Karre ist echt flott. Obwohl die noch nicht mal wirklich aufgetunt ist. Machen wir erstmal die Bullen. Alter, ich habe für das Auto sehr viel Geld ausgegeben. Ja, genau. Das Auto hält aber einiges aus. Ja, Mann. Ich weiß. Nein, nein. Ich mache was von hier. Aber ich muss den Typen da killen. Oh, der ist weg. Aber jetzt müssen wir erstmal die Bullen wegkriegen. Warte, ich rufe an. Ich bin da schon bei letzter. Wir brauchen die Bullen. Hallo, wie geht's? Wie kann ich mich helfen? Ich bin da drin. Ich bin da drin. Das ist nicht nur ein soziales Telefon. Natürlich nicht. Du bist in Ordnung und du brauchst meine Hilfe. Kein Problem. Nein, Mann, du gehst nicht alleine rein. Ich habe die Beute. Komm, wir müssen hier weg, Alter. Weil wir werden umzingelt von den Bullen. Ich steige am besten hinten ein. Ah, schüttel die Cops ab. Wir müssen erst hier weiter wegfahren. Nein, da steht los. Schüttel die Cops ab. Wir müssen erst hier wegfahren und dann kannst du anrufen. Auf jeden Fall nicht in die Richtung fahren, wo die Bullenwache ist. Mal gucken, was wir für Geld kriegen. Also, wenn ich eine Leitende mache, kriege ich 100.000. Wir sind ja nicht gestorben. Wenn du stirbst, kriegst du weniger. Ich spiele extra mit meinem Safe-Controller, Alter, weil der besser ist. Ja, Mann, Alter, das ist ein Safe. Ja, damit kannst du wenigstens vernünftig fahren. Jan, was geht denn? Bam, 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 bam. Ah, scheiße, Alter. Ich habe gedacht, ich lasse die Laterne stehen. Nein. Äh. Äh. Scheiß Dreckskarre. Ich schwärmgeist schon neun. Oh, Alter. Ich schwärmgeist schon neun. Ich werde noch 100.000 bekommen, also keine 100.000, weil wir zusammen zocken. Wenn ich alleine spiele, dann funktioniert das. Ey, vielleicht funktioniert das, wenn du zockst auf deins, ne, und ich zock auf meinen. Hast du dir den LKW eigentlich schon geholt? Ja, siehst du, guck mal, vielleicht, wenn du das machst, Alter, mit dem Bankenüberfall, vielleicht ich dann auch. Wäre super. Guck mal, ich fahr einfach noch nicht mal nach Navi, oh, ich fahr einfach. Arschloch. Das hat super gepasst, sag nicht immer Arschloch, Arschloch. Ja, der Wagen hier ist auch nicht wirklich gepanzert, ich hab den einfach nur optisch gemacht. Du musst mir nur sagen, wo dein Terror-Dingspunkt steht, dann fahr ich da hin. Ja, dann bestell den mal, meiner steht da hinten. Ja, du bist ja auch bei mir drin, ne. Du bist ja auch bei mir in meiner Dingens drin. Ja, warte. Ich hab dich entlassen. Außerungsweise. Was denn? Warte, ich zeig dir den Controller. Ja und? Alter, was ist denn hier los? Alter. Was ist das? Feuerwehr. Leiterwagen. Kommt noch was? Nö, mehr kommt da nicht. Und wo steht deiner? Ja, das stimmt. Apropos, ich muss mal gucken, ob man das überhaupt meine Audio oder so, mein Dings hört. Oh Leute, ich bin am Zocken, ja, warum schreibt ihr mir alle? Na gut, dass man das hört alles. Was musst du machen, Kundenaufträge musste ich auch schon machen. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, nicht verfügbar, ich kann Diamanten verkaufen, da muss ich mir eine Drohne für kaufen. Ach komm, mach mal so lange dieses Startendings. Ey, dein Ernst? Dieser Job ist momentan nicht verfügbar, bitte versuch. Ey, dein Ernst, Alter, ich kann nichts machen auch, weil du Dingens machst auch. Ey, das ist nicht dein fucking Ernst, oder? Ey, was soll ich jetzt in der Zeit machen? Nix. Super. Ja, ich kann momentan nichts machen, Alter, weil du in einer Mission bist. Oh, Niesen, geh mich nicht auf den Sack, Alter. Ist mir doch ja alle, ob dumm's. Na, der hat doch gerade gesagt, ich bin auch am Zocken. Ja, schön, juckt mich nicht. Alter, was soll die scheiß Drohne denn kosten? Jetzt kommt's, Alter. Ach so, ja, die muss ja am LKW bearbeiten. Pfff, 815.000, Alter. Oha. Warum so viel? Alter, dann hab ich gleich kein Geld mehr, dann bin ich arm. Du musst ja auch noch extra so ne scheiß Drohne kaufen, ne? Für andere Sachen, Alter. Egal, Alter, das Geld hab ich schnell wieder drinnen, aber... Ich hab mir jetzt erstmal ne Drohne gekauft. Ja, da muss ich gleich mal Fotos gucken, aber wie meine Schuhe jetzt aussehen. Ja, da bin ich arm. Ja, Job ist die zurzeit nicht verfügbar. Ah, wenn du fertig bist, aber dann kann ich erst Ding ins Starten. Und Diamanten. Stehlen sie Diamanten aus fangendes Schmuggelgeschäft, während sie von einem Sicherheitsdienst angeliefert werden. Das hört sich wieder an, als brauche ich einen zweiten Mann. Oder ich muss einfach andere Lobby suchen. Halt die Schnauze da draußen. Harmonic Cream. Ja, du hast auch schon mehr abgeschlossen, als wie ich, wa? Ja. Tja, ne Ahnung, ich schau, ich muss andere Lobby suchen, aber... ...dass ich mein zweiter machen kann. ...dass ich ausdrücken möchte ich bitte in meinem Livestream nicht hören. Ja, Papa. Außer ich geh das... ne, ich behalte das Auto. Ich war erst um überlegen, ob ich das Auto wieder verkaufen geh. Dann würde ich 1,6 Millionen kriegen. Und ja, mein Kontostand hat sich sehr weit verabschiedet, Alter. Ich bin unter einer Million. Deswegen... Ja, ich will gucken, ich weiß nicht was das mit dir, diese Diamanten da ist. Keine Ahnung. Dafür brauche ich... Habe ich ja eine Drohne gekauft. Und ich weiß nicht, ob ich die alleine machen kann oder ob ich zwei... nur einen zweiten brauche. Keine Ahnung. Wofür? Keine Ahnung, ich probier jetzt mal dieses Diamanten-Dingsbumster aus. Ja, ich hab schon gestartet. Sorry. Aber wenn ich gleich abkacke, dann hol ich dich einfach dazu. Gib dich zum Jubiläer. Alter, dein Ernst? Muss ich jetzt ernsthaft mit meinem Auto dahin fahren? Ja, okay. Ich muss mit dem Auto dahin. Wir löschen. Ja. Ich hab meins ausgestellt, also ich krieg keine mehr. Wir können nur noch Freunde von Freunden einschicken. Mal gucken, ob äh... Angelie sich nachher nochmal meldet. Die muss um halb zwei aufstehen. Aber mal gucken, vielleicht bin ich noch wach. So, ich mach hier. Guck mal, da fährt der grad. Aber du könntest einfach mal hinterher fahren. Vielleicht kannst du mir ja unterstützen beim Ballern. Ich muss zum Jubiläer. Da und dieses Schmuckgeschäft. Boah, Alter. Ich hab nen Flug gemacht. So. Hahaha. Nein, ich bin umgekippt. Wieso? Was hast du denn denn für 1 Goal? Achso. Naja, du bist doch schon hinter mir. Ja, ich muss erstmal aussteigen. Ich muss äh... Ich muss die Drohne benutzen. Guck mal, jeder denkt, ich hab nen Zopf. Geil. Ja, Mann, Alter. Der Safe-Controller. Um die Drohne zu steuern. Oh wei, jetzt muss ich die Drohne zu steuern. Okay. Now fly into the store. You're looking for a small control panel on the wall that controls the alarm system. The blueprints I've downloaded show the panel on the office on your left as you go inside. Deactivate it and you'll have a short window to get the case without worrying about any outside interference. Hey, ich bin noch drinne. Hey, ich bin noch drinne. Ja, wie soll ich die denn ausschalten? Das ist ja, wie soll ich die Reise. Ich bin noch drinne, ich bin noch drinne. Ich bin noch drinne. Ich bin noch drinne. Ich bin noch drinne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schießt auf meine Karloch, schwuler Hund. Schramm dich von der Straße weg, alter. Kleiner Bastard, alter. Verpischter. Boah, alter, nur einen Schuss und ich werde tot, alter. Ja, sag ich doch, einen Schuss und ich bin tot. Und danach kam der Schuss. Ey, dein Ernst, wie soll ich denn jetzt auf die Autobahn kommen? Come und gib mir dein Motorrad, du schwuchtel. So, ich stelle mein Auto. Ne, es sind noch zwei Autos unterwegs. Einer fährt bei dir da unten und der andere steht da oben. Von hier aus zwei, von mir aus zwei Kilometer. Ich fahre, ich fahre, ich fahre zu dem anderen, der weiter weg ist. Ja, korrekt Jan, ja. Hast du auch PS4 dann. Entweder du hast ihn oder ich habe ihn. Einer von beiden. Ey, willst du schon arschen? Oh, der Wichser, alter. Der hat mich gerade voll dickfett gefickt, alter, ja. Es ist einfach abgehauen, alter, der Wichser. Da ist wieder zurückfahren. Kleine verdammte Wichser. Ah, du hast ihn? Ne. Okay, dann ist das meiner. Oh, du hast ihn, du hast ihn, du hast ihn. Ja, Alter, ihr mit euer Scheiß fort, mein Alter. Ey, du, ich hoffe, du musst mal nach hier kommen. Weil ich habe ein Maschinengewehr aus dem Auto, alter, ja. Junge, der haut ab, aber der ist Spasti, alter. Bleib mal stehen, du Pimmel-Lutscher. Ich bekomme dich. Oh, Mensch, dich weg. Oh, der brennt gleich, alter, wenn ich weiter drauf baller. Na, der kommt genau von vorne, alter. Oh, nur ein Schuss, bin wieder K.O. Und ich kann nur nicht mehr aufs Auto schießen, aber da macht der Auto Bomben. Ah, der kommt in deine Richtung. Ah, das Auto ist zerstört worden. Ich habe mal gesagt, schieß nicht aufs Auto. Oh, fuck, alter, der qualmt, alter, der brennt. Ich muss hier weg. Fuck, da kommen die Bullen. Fuck, alter, die kommen von beiden Seiten, alter. Ich habe Köln. Ich habe Köln. Ich habe gerade Lester angerufen. Ich hätte schon mitnehmen können danach. Ja, nachdem wenn du die Bullen jetzt weg hast. Ich bin extra nach hier gekommen. Was steht in deinen Terror-Dingsbums da? Da unten. Ja, okay, Bruder, alter. Ich wünsche dir viel Spaß beim Fußball-Spielen morgen. Und Penn-Jut. Ja, ja, der ist im Verein drin. Das ist mein ehemaliger Nachbar. Nee, nee, den kennst du noch nicht. Ja, egal, ich kenne viele. Ich muss verstehen. Thank you. Kein Problem, Bruder. Jetzt hänge ich hier fest aus. Scheiß Auto. Scheiß MPC. Verpiss schon mal. Mach doch mal Platz hier, Schweinehunde. Ich will auch fahren. Auch wenn ich in England fahre. Ja. Ey, wo steht denn dein LKW, Alter? Hütte sich verarschen. Hä? Ey, Digga, Alter, wo hast denn du dein LKW geparkt? Ich denke gerade her, steht der LKW jetzt unter der Brücke. Unter und drunter? Ah, jetzt sehe ich ihn wieder. Ich war anscheinend zu schnell da, deswegen hat das Bild noch nicht geladen. Jetzt soll ihm wieder angeblich 10K Glitch geben. Wer? Nee. 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 Okay, du hast die Drohne noch nicht. Und, hast du gesehen, Alter, die Schnürsenkel? Mach doch einfach diesen Wangenüberfall. Mach doch einfach diesen Wangenüberfall. Ja, du musst eh eh noch am Computer bleiben. Hier, Bulle! Nimm mein Qualen. Du schwulachin. Ja. Ähm. Der ist schwuler Hund. Hey, das scheiß Ding hat einen Abschlepphaken, ne? Aber scheiß nicht wie man es benutzen kann. Oder ob man es überhaupt benutzen kann. Ja, wo du dann nach rausgeflogen bist. Fährst du mit deinem LKW oder schlägst du bei mir ein? Dann weg, dann weg mir Marsch, ey. Dann bist du wohl nicht gesichert. Wenn du unterwegs ein paar Schrottautos siehst, weißt du, dass ich ein paar Autos weggerammt habe, die mir im Weg standen. Ich hab dir angeboten, fahr bei mir mit. Deswegen war ich auch so schlau, hab mir so ein Auto geholt, hab mir ein Kuruma geholt vorher noch. Ich muss nur, Alter, Dinge ins Reihen tun, Panzerung, die muss ich mir gleich neue holen. Ich hab nur noch drei. Nein. Ja, ich werd aber extra weiter weg stehen. Weil. Nein. Weil ich Dingens mach. Den Typ mir erst mal umbringe. Genau. Genau. Oh, warum laufe ich ohne mein Auto, Alter. Das ist eh nur noch einer, das ist eh nur noch einer. Pass auf, der steht hier. Jetzt schalke aber mein Auto ein, Alter, wie wenn du mit deinem Motorrad fährst. Scheiß Kopf, Alter, das ist mal. Nein, ich hab keine Türen mehr, Alter, ne? Fuck. Ein Schuss, Alter, ein Schuss, Alter, und ich bin tot, aber wenn, wenn ich mich treffen. Nein, ich kann einfach wieder reingehen. Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Ich bin tot, Alter, ich bin tot, Alter. Ah, tut mir leid, Junge Frau. Woah, woah. Oh, Mensch, es ging ja. Fällt ja gar nicht auf, dass hier so ein dicker, dicker Wagen rumfährt, der gerade beim Bankenüberfall war. Oh, Mann, ich hab keine Seitenzüren mehr. Oh, Mann, ich hab keine Seitenzüren mehr. Oh, mein Gott. Oh, Mann, oh, Mann. Oh, Alter, alle schreiben sie mich an, wegen TikTok. Nein, Alter, die schreiben alle, dass sie das auch haben, Alter. Ja, was interessiert mich das jetzt? Null. Boah, echt, wäre ich ein Stück schneller gewesen, hätte ich ihn erwischt. Oh, Wichser, du standest erst auf der anderen Spur, Alter. Vollidiot. Jawohl, 248. Anfis. acompanische Süßchiff. Anfis. 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 Alter, was machst du? Was hast du denn in dein Lagerhaus drinne? Bestimmt nix. Haha, guck mal, ich bin schon längst da. Ah, da muss ich gucken, ich bin schon da, geil. Ah doch, zwei Autos, einmal so ein kummigen Lambo und einmal so ein pummeligen, keine Ahnung was. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, da muss extra in der öffentlichen Lobby sein. Apropos, da hinten ist der Waffenladen. Da, wo ich stehe, ist der Eingang. Da, wo ich stehe, ist der Eingang. Oh, Spassi, Alter. Ich sehe nur ein Motorrad unter meinem Auto. Leg dich niemals mit so an. Den habe ich nicht auf Handy, den habe ich auf DVD. Leg dich niemals mit so an. Riech mal mein Gaga. Leg dich niemals mit so an. Leg dich niemals mit so an. Ich fahre daneben, die Garage. Ich muss mein Auto mal reparieren. Das sieht so aus wie die Garage wie bei Dingen. Dach schon hier. Ja. Da ist auch ein Aufzug, aber man kann den Aufzug nicht benutzen. Gehen wir mal rein. Gucken wir mal, was der Pimmel-Lutscher so macht. Gucken wir mal rein. Warum hast du diese Scheiß-Dinger hier? Die hier. Die. Ja, ich habe die nicht. Ich habe die nicht. Die habe ich mir noch nicht geholt, Alter. Ich habe zu wenig Geld dafür, Alter. Wenn ich jetzt meine Ware verkaufe, Alter, dann würde das funktionieren. Ey, haben wir die. Ey, du hast ja ja nichts hier im Vorräten. Ne, der zeigt mir nur Nachtclub an. Hauptsache, der hat sein ganzes Ding schon verkleidet, Alter. Untergeschoss 1. Da war ich schon gerade. Hört, Jun. Ah, hier sehe ich was. Ein bisschen. Ey, du hast viel weniger drinne als wie ich, Alter. Ist das dein Ernst, was voll wenig ist? Joa, aber du hast relativ wenig drinne, Alter. Lass mal bei mir verkaufen gehen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, Papa ist doch groß. Papa, Papa hol dich rein. Ja, guck mal bei mir. Ich guck mal bei mir. Ja. Wie geht das nicht aus? Nee, ich hab noch nicht meine Shisha an. Wie geht das nicht aus? Ja, ich hab noch nacki Dinger spinneln. Weißt du warum ich keine Batterie bei mir drinne habe? Nö, seh ich so aus? Hat der eine drinne? Nein! Weiter... ... 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 Hallo? Ja, super. Ist ja nicht da, aber ich kann schon alleine fahren. Ich kriege raus. Oh mein Gott. 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 Ah mach du mal, ich schränke mir gar nicht ein Voddy, ich hab ja drei Stück. Sechs Kilometer da hab ich fahren. Ich hab ja drei Stück, ich hab ja drei Stück, ich hab ja drei Stück. Gut, ich hab ja drei Stück. Füttung. 4,4. 4,3. Ja, hoffentlich kommst du auch morgen früh aufs Bett dann, ne? Ja, ja, ich kenn dein 8 Uhr aufstehen. Bleibst du einfach noch ne Stunde liegen. Schreib deine Mutter extra, die soll dir einen Eimer Wasser überm Kopf kippen. Extra eiskalt. Ja, Harry wird das jetzt nicht sagen. Mua. Asche zu. Nein, ich hab das immer noch im Kopf. Ritzenficker. Ja, du weißt ja nicht, was ich für eine Ritze meine. Es gibt ja viele Ritzen. Es gibt ne Bettritze. Es gibt ne Frauenritze. Ah, ich rede aber heute. Ja, vom weiblichen. Ja, ne Bank hat auch ne Ritze. Ja. Ei Aschlo. Ja, jetzt. Nein. Ja. 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 Das war's. Schweren wir auf den Handbobber! Ah, holy shit! Okay, I've got a client who'll take this off our hands. As long as the cops are out of the picture. Lose them and drop it off. Let's go! Covering fire! Looks like the competition can see you. I hope you can handle them. Take cover! Ah! Woah! So, do you think? Oh, man! No, no, no! I'm gonna have a little cash. Super. Oh, shit! Oh! Oh! No, man! Oh, man! I need a little cash! I need a little cash! Super! Holy crap, man! Es ist halt da. Es kann schon mal kurz wegkommen. alter ihr scheiß dreck wollen hey small Oh Hallo, was kann ich für euch machen? Okay, okay, ich werde dich aus dem Problem. No problem. Ja, Jotun, ich muss gucken, dass ich hier wegkomme. Scheiß Bullen haben mein Auto eingezogen. Scheiß Wichser. Scheiß Bullen, Alter. Hast du schon so eine Scheiß Bullen-Karre fahren? Hm. Hm. Okay. Und... ...mach für deinen Banküberfall. Ja, mach doch. Mal gucken, wie oft du stirbst. Ein- oder zweimal. Ich bin einmal gestorben. Ich musste bis in die Wüste fahren. Und ich sag dir, wenn du stirbst, ne, ist dein Auto weg. Die Bullen ziehen das Auto ein, die Bullen ziehen das Auto ein. Ja, siehste, da ich gestorben bin, Alter, habe ich weniger bekommen. Tja, wenn du stirbst, kriegst du auch weniger. Ich habe nur drei... Was? Äh, das ist doch nicht der Anfang. Der Anfang ist die Hauptsparkasse, die große. Ja, das ist aber die große. Das ist nicht da, wo wir eben waren. Ja, das ist doch nicht der Anfang. 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 Das ist doch nur total alles. Das ist doch nicht der Anfang. Muss nicht die... ... so was ich bei dir zu fangen. jetzt kriegst du auch weniger kriegst statt 100.000 oder kriegst du nur 33.000 mussten ausprobieren also wenn du genau bei den bullen gestorben wird weniger kriegen ja weiß ich schon nicht wieder sei es also wenn du bei den bullen stirbst kriegst du weniger ich kann mich mal am arsch decken hier dreckspullen ich kann mich am arsch decken hier wollen dass ich bezahle fuck you so entscheidend dass ich 250 dollar für mein auto bezahle so I don't see it! 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 Let's go! I don't see it! I don't see it! Let's go! Let's go! I don't see it! 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 Oh! When you get there, stop outside the building and send in the drone. Security's been upgraded since the Jay Norris incident, so that's probably the only way to get past the cameras. When you get the drone to the server, we'll have remotely and get us the sweet personal private data we need. Nice to see you. Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Untertitelung. BR 2018 Okay, both are laptops to access their servers while they're upstairs. Send the drone up there, avoiding any guards. Life Invader employees are idiots, but they'll still think something's up if they see a drone flying around. We'll be right back. One left hop down, one to go. We should have access to all that personal data as soon as it's done. One left hop down, one to go. What's the name of the 82, man? I've got full access to their servers now, and I sent the target's location to your GPS. There's nothing about this guy I don't know. He's got a contract out for people to protect him. So don't be surprised if you run into any mercenaries looking for their own payday. Okay, let's go. Ja, du scheiß MPC, alter. Ich hab nur 8 Minuten. Spastis ey. Ich bin so kleiner Hacker geworden. Ich bin so noch nicht mehr. Ich bin so other. Ich bin so klar. Ich bin so disappoint. My logs sind. Oh my god. Ich bin so Honestly. jor Wenn duhst. Was ist das? Geek! Damn! Cover yourself! Are you good? He's done. Okay. And who said Data was harmless? The money should be in your account already. Okay. Hey! What's up? No, I'm not. I'm not. Fuck me in the ass. I've got to do it. I got to do it. I got to do it. I just got to do it. I got to do it. I got to do it. I got to do it. Boah, fast wieder eine Million Ey, das ist aber voll komisch, ne Du kannst das Auto verkaufen Aber so ein Strandbuggy, äh hier so ein Buggy Alter, so ein Rampenbuggy kannst du nicht verkaufen Voll unlogisch Richtig unlogisch Ich mach mir noch Kohle Nö, ich mach mir, ich mach Geld Geld Ja Ja